Hi, schön, dass ihr da seid. Wir sind Joshua und Fabian von WeddingWipeStudio und wir fangen die Emotionen für euch ein. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Brautpaare an den schönsten Tag in ihrem Leben zu begleiten und dabei die Emotionen und die ganzen schönen Momente festzuhalten für euch in Form von Foto und Video. Uns ist dabei besonders wichtig, dass die Aufnahmen möglichst umgestellt wirken und wir lieben es auch während der Momente oder während den Momenten die Emotionen schön für euch einzufangen. In der Vorbereitungsphase auf eure Hochzeit haben wir ein kleines Kennenlern-Shooting mit euch vor. Dort werden wir euch und ihr uns perfekt kennenlernen, so dass wir in der Hochzeit schöne Momente für euch einfangen können, die perfekt auf euch abgestimmt sind. Nehmt euch also jetzt den Augenblick und schaut euch auf unserer Webseite um. Wenn ihr Interesse habt, dann tragt euch gerne für ein persönliches Kennenlern-Gespräch ein und dann freuen wir uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.